Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Mario Party. Ich habe mir eine, zwei gefüllt. Funktioniert wie das ganz normale Mario Party, also nicht genau so. Es gibt halt Minispiele, die jetzt Pferderennen und dann gibt es halt Würfeln, wer jetzt im Ziel ist, hat sie gewonnen. Ja, Pferderennen ist, denke ich, logisch, wer jetzt erst mit dem Pferd über die Ziellinie ist, hat gewonnen. Ich finde, das ist ein bisschen komisch, weil man fast nicht sieht, wann Sprünge kommen. Ähm, ich bin jetzt nicht der Beste im Mario Party-Spielen, aber ich denke, ich kriege das jetzt schon irgendwie hin. Nein, jeder ist runtergefallen. So, jetzt geil, noch in der Wolke drin, kann die mal irgendwann ausschalten, die nerven mich ein bisschen. Leucht, gut, mein Dritter. Ich nehme die Abkürzung jetzt mal nicht, zu gefährlich. Ja, der eine ist auch runtergefallen und bei mir hat es geleckt. Das können wir eigentlich jetzt dann aus. Ähm, optimal Kurve, Sprung. Die Mahlinie fahren. Hui, vielleicht war es runtergefallen, hatte ich das Gefühl. Nicht dagegen. Die Wolken nerven schon extrem. Komm. Jetzt nur noch durchziehen bis zum Ziel. Hätte man bestimmt auch ein bisschen abkürzen können, so wie der es versucht hat. Aber. Ich glaube, da vorne ist gleich das Ziel. Wir haben noch ein bisschen Vorsprung. Ist da nochmal ein Sprung irgendwo. Ich hoffe nicht. Der erste hat es geschafft. Und wir müssen jetzt auch gleich zweiter Platz. Ja. Neuer Rekord. Perfekt. Yeah. Aber lief, I can fly. Wir müssen hier runterfallen, in dieser Theaterhalle hier. Sind schon auch ganz cool hier dabei. Also was man alles auch schon machen kann. Okay, das kann ich jetzt nicht tun. Wenn all die Musik aufhört. So wie jetzt. Kriegt noch was? Ist noch was frei? Nein. Erste Runde Vortrafer draus. Na, danke. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Und wir würfeln eine 5. Ja, das Glück ist mit den dummen. Damit er jetzt hier den schlechten ist. Ich würde mich jetzt nicht abkünftig zeigen. Weil ich da rausgeflogen bin. Jube in Durun. Kann ich auch nicht. Ich kann. Ähm. Ähm. Ich kann. Kein BVV. Okay, ich kann keinen Jump'n'Run. Also der perfekte Minecrafter. Bin eher so der dann. Einfach nur so aus Stück und Dollerei spielt. Ich spiele auch. Oh fuck. Ähm. Er stellt seit neuestem auch schon immer. Dann hat er so ein Einzelgespiel. Spielt aber. Servers bereichert schon ein. Die Minecraft Seele. Ähm. Was ist denn der Anlauf? Oh. Genau dagegen, wo man nicht hinspringen soll. Auch gut. Ist glaube ich ein Rett. Sollen wir mal einmal springen? Oder alle hier? Ah, es ist früher abgesprungen. Jetzt. Okay. Jetzt sieht man es schon mal. Mal mal. Oh Gott. Ähm. Er ist der ganze Zeit. Ähm. 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 Äh. Kommt. Lachhaft. Jetzt. Ja, einmal. In das falsche Ding gesprungen. Wo geht's weiter? Ähm. Ich denke mal, wir müssen auf dem U landen. dass wir nicht schaffen wir schaffen es immer noch nicht wir schaffen es immer noch nicht wir sind so gut ich bin so gut oh gott so langsam wird es lustig ja hate this game to da hat der edgar ghg was auch immer die hg bedeutet jetzt haben wir es geschafft worauf jetzt darauf nie oder auf das p ja wo geht es hin weiter neben ein ja das kann man glaube ich schaffen jetzt ganz zum ende wo er hat das schon im ziel der zweite ist schon im spiel wie ich bin ich hab's drauf da kann man nichts anderes sagen halt dazu ja ich habe kurz drauf ein ziegel schafft 15 platz ich bin nicht der einzige der so schlecht ist jetzt ein 6 gewürfelt 4 vollkommen in ordnung feld 19 platz platz 4 kann ich nicht ja das wird lustig erst mal in truhe ich habe aber ein pilz bin in den rekorden also wollt ihr könnt nicht mit mir gar nichts steinschwert holzschwert steinschwert ja mann und schnell weg da stand einer nicht gesehen hier geht es gleich hoch ich dachte da ging es so rum kann dann irgendwie auch nö schon wieder tot ich habe ihn steinschwert ich habe ihn steinschwert das war nicht so gut ich bin es gleich ja ich bin platz 16 geworden und ich bin wieder eine ich habe mal glück ähm ähm server lag nur jetzt eigentlich nicht also bei mir nicht ähm platzierung dritter nee da das bin ich was was ah äh mindfighter äh 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 minengefecht ähm daraus aus Gold ähm aus Gold PNT aus ne hier eilen kriegt man halt items aus rechts kriegt man einen Bonus oder Plusherzen ähm ich weiß jetzt nicht wer das wie das genau dann am Ende definitiv also es dann eben ein Zufallsprinzip gibt hier Plusherzen bekommen Minusherzen bekommen ja Eisenbrust es gibt glaube ich noch eine verzauberte Eisenbrust jetzt mal wieder das typische Prinzip darum sollte ich irgendwo reinrennen es geht einfach nur darum solange wie möglich überleben und danach den Kills und die Erfahrung zeigt dass ja geil ja verzauberter Eisenhelm also ähm hier ist gleich einer ja 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 ole 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 ich hab's drauf jetzt mal gucken jetzt mal gucken wann kommen wieder welche da ja oh my god selbe farm hier oh da war jemand oder hä ja aber ich mit meinem gottgleichen aim der hatte nur eine verzauberte Eisenbrust aber ja man alter ja 3 kills warum soll ich jetzt irgendwo ich verstecke mich jetzt einfach hier dann werde ich noch am ende noch getötet ja erster platz 3 kills ihr könnt mir gar nix schalala ja man pvp gott eine 4 und eine 4 das schlechteste glaube ich beinahe ein 6 aber ja genau äh kleiner platz ähm camp arena kann ich nicht das ist pvp pur wie der namen schon sagt ähm ausweichen dann bevor er drauf ballern aber beide nicht getroffen haben komm her du komm her mein schatz ich hab dich gern hab ich gewonnen warten auf mehr spieler ey da ist noch jemand da bald ist die welt ein toter stern ah verloren glaube ich wieder derselbe ja komm her komm her jetzt gewinn ich werke vom mod nein jetzt hat er mich ja es gibt eigentlich auch verschiedene kids also manche mit bogen dann hat man bogen falls mag ich dir eigentlich eher weniger weil ich das spenden halt dann schon ein bisschen die zeit aber man hat ja nicht unendlich feile werde ich den lockern schnappen jetzt rein alles rein werfen komm her du komm her du ah verloren glaube ich jetzt mal ein anderes mit eisenrüstung einfach rein knödeln jetzt nur noch ein punkt schaden gemacht mit den pfeilen wieder verloren bin ich gleich im minus sagt afk aber ich erst noch mal kack hätte das ist einig gewesen ja ja der nächste mario ah verloren schade während der lava jetzt gegen ein hallo eg der mich jetzt eben kann auch mal richtig gut ja perfekt mit dem sieg welche wird man nichts zu tun haben aber ja achterplatz mit vier persönlicher rekord was sagt es über mich aus ich bin wieder auf dem baum tschüss ich kann nicht runter und ne 5 also ah ich bin leider wäre ein trotz hallo mori 4 hier geht's hier so mir geht's gut danke der nachfrage dann ja es gibt verschiedene waffen stufen wer die höchstwaffen stufe hat gewonnen als erst kriegt man ein goldschwert ich weiß nicht ob das noch ein bisschen angepasst wurde einfach rein brödeln verkackt äh komm her ich werde vielleicht gegen dich verlieren aber es macht mir nix nein gerade neue waffen stufe erreicht und jetzt aber ich denke man regaliert ah dann halt nur noch ein halbes herz was ich dann jetzt die erschwert bekommen habe er hat jetzt also er den kill halt wer den letzten kill macht er schlag also den treffer dann so wie ich jetzt gerade habe ich glaube ich dann nicht hier die okay komm her ah da geh mal schon den bogen bogen ist schleiße also bist du gerade so knüppelst wo ich gerade abgekloppt ich bin ich nur gegen gehabt also knüppelst grad irgendwo rein ja ja so komm her jetzt ja den müsste ich jetzt haben nein habe ich nicht ah fuck fünfter platz da gut ja keine chance dann da ist meine 3 tot der hat jetzt den bogen murray 4 ist doch relativ gut der war bei der kampf arena jetzt nicht so gut brevo da man und einfach rein knüppeln wie das halt ist halt das dobe dann jetzt beim bogen naja dann so ein pulv bist das ist so seid ihr ja sehr gut und augen zu was habe ich gewürfelt auch ohne 1 also doch mal wieder glücker der nicht glück gehabt jetzt auch nur noch wieder platz 5 es wird gespielt blockhüpfer juckt ende runden habe ich ja mein rekord für der letzte aber hier mit 2 der vorletzte 1 34 dann ich 2 minuten 14 er das war als das noch ganz anfangen kann und keiner kapitel das geht da ist mein blog da ist mein blog man kann hier das mit es wird das es wird es wird es wird sommer es hat er ich weiß wie kann man diesen ladevorgang das ist ja für den spawner kann man also 99 blöcke ich glaube man braucht uns zum 20 ich bin jetzt auf platz 3 immer noch auf platz 3 wird spannend man darf sich jetzt kein fehler mehr erlauben schade der erste sind ziel ein jetzt muss die heiße phase geht ich rein der zweite hat geschafft ein block unterschied ich kann es aus eigener kraft wahrscheinlich nicht mehr schaffen ich muss irgendwie hoffen dass ein fehler macht aber ich mache einen weiteren fehler wo ist der nächste dauert jetzt extrem lange aber ich komme nicht näher als zwei jahren schade für das blatt der erste verlierer dreck schreibt einer jetzt wieder glück eine 6 klar auf platz 40 browser fällt und noch mal vier felder nach vorne zehn felder gut gemacht ich hab's drauf ist natürlich alles können und ich bin platz 3 ein schönes spiel kann ich ihnen empfehlen wir sehen uns nächste folge wieder bis dahin tschau tschau